Sasa, komm. Guten Abend. Schön zu sehen. Mein Name ist Sascha Maria von Heilbach. Und ich bin in Deutschland geboren. Und ich lebe seit 30 Jahren als Frau. Ich wusste, glaube ich, ziemlich früh, dass ich ganz sicher kein Junge bin. Und das weiß ich bis heute. Und ich glaube, das lebe ich auch glaubhaft. Denn diese Frage stellt sich in meinem Umfeld eigentlich kaum jemand. Ja? 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 Vielen Dank.